Was geht ab, liebe Kaspar-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, NoTimeMMA. Ja, es geht ab mit Jake Paul, denn er wird berichten zur Folge, seinen nächsten Boxkampf bestreiten im Oktober. Und zwar gegen niemand anderen als die UFC-Legende Anderson Silva. Anderson Silva wird auf Jake Paul treffen, gleiche Gewichtsklasse, ja, erfahrungsgemäß. Ist Anderson Silva auf einem ganz anderen Level, auch allgemein Kampfsport-technisch, Statustechnisch? Es ist einfach nur krass, Jake Paul hat sich hier einen vernünftigen Gegner ausgesucht, wo man auf jeden Fall sagen kann, Respekt, aber Anderson Silva ist auch schon 47 Jahre alt. Die Frage ist, reicht ein 47-jähriger Anderson Silva für einen Mitte-20-jährigen Jake Paul aus, welcher gerade dabei ist, ja, wie gesagt, mit dem besten Boxtrainer an der Welt zu trainieren? Er ist kein Kind, ne, ich sag's einfach so, er ist kein Kind, ist aktiv dabei, wirklich ein angesehener, professioneller Boxer zu werden und stellt sich jetzt hier einem 47-jährigen Anderson Silva. Und ja, Freunde, kurz vorab, lasst doch unbedingt gerne einen Like und Abo da und schaut gerne bei ESN vorbei mit dem Code NoTime. Spart ihr 20% auf euren Einkauf für Protein und Aminosäuren. Noch heute, gebt Gas auf jeden Fall. Der YouTuber Jake Paul steht jetzt 5 zu 0 mit 4 K.O.s, hat sich in einen Boxer verwandelt und hat in seiner Boxkarriere bereits mit zwei MMA-Stars den Ring geteilt und sowohl Ben Askren als auch Tyron Woodley K.O. geschlagen. Jetzt aber soll er gegen einen weitaus härteren, erfahrenen und besseren Striker kämpfen, und zwar Anderson Silva. Das wird es sein. Es wurde bereits bestätigt, dass sein nächster Kampf im Oktober stattfinden soll. Silva ist jetzt 47 Jahre alt und ist in erster Linie einfach eine MMA-Ikone, hat aber auch Erfahrung im Profiboxen. Im Jahr 1998 verlor er sein Boxdebüt in Brasilien, gewann aber sieben Jahre später seinen ersten Boxkampf. Viele Jahre lang hatte er eine Profibilanz von 1 zu 1. Im Juni 2021 kehrt er jedoch nach 16 Jahren für einen sanktionierten Profikampf gegen den undisziplinierten ehemaligen Weltmeister Julio César Javes Jr. in den Sport zurück. Javes Jr. ist der Sohn der mexikanischen Boxlegende Julio César Javes Sr. Bemerkenswerterweise besiegte Silva Javes Jr. in Mexiko durch Split Decision. Anschließend besiegte er ebenfalls die Altern der MMA-Legende Tito Ortiz und knocked ihn brutal aus. Diese beiden Siege führten dazu, dass die Fans ihn als den nächsten Gegner von Jake forderten. Wenn die Gerüchte auf jeden Fall wahr sind, hat Jake dieser Ansage auf jeden Fall Hören und Glauben geschenkt und wird jetzt gegen Anderson Silva kämpfen. Krasse Sache. Ich freue mich sehr auf den Fight. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Wird auf jeden Fall ein taffer Test für Jake Paul. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und Abo da. Wen seht ihr hier gewinnen? Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.